Du verlierst. Gut Leute, und da sind wir wieder bei einem Aram. Ich bin nicht ganz so animiert, weil ich hab jetzt Tarek. Ach ja, übrigens ohne Ivo diesmal mit einem Random, den da. Der ist scheiße, verpiss dich, niemand braucht dich. Der ist voll nett. Wir willst das wissen. Hab ich eingeschenkt. Okay, jetzt scheiße. Ich hab ihn sogar geheilt, ja? Heil! Einschränkt. Okay, und es geht schon wieder so los wie bei uns. Okay, okay, okay. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. TURGE! 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 What the? Lord, der da. Alter, what the fuck? Ich halte dich mal ein bisschen. David hat keinen Geburtstag mehr, also scheiß drauf. Der erste Mal, David hat übrigens keinen Geburtstag mehr. Der ist nicht mehr Geburtstag. Der ist scheiße. Er ist schon 14 Minuten nach seinem Geburtstag. Er zählt aber noch. Ich hab den Buff noch bis morgen. Nein, hast du nicht. Was ist denn das für eine Regel? Das ist ein Buff, bis ich schlafen gehe oder sterbe. Lass mal David töten. Oh man, Tarek ist scheiße. Also auf Aram zumindest. Support ist ja noch ganz so okay, aber... Der Minion war fies. Ich meine, allein seine Stimme ist schon... Die Schwulness, Overloads... Zu einfach, Leute. Alter, du, du, was, was passiert mit dir? Ich schranz ab einfach, ja? Oh mein Gott. Schranz. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Nein, habt ihr nicht. Ihr seid nämlich schlecht nicht. Ich mach das dann. Ich hab keinen Bock, den Heal zu machen. Ich bin kein Supporter. Oh, ich hab jetzt Heusen. Oh mein Gott, ich mach jetzt schon Fehler wie Lisa. Oh mein Gott. Ich hab jetzt auch so sehr einen Minion gehealt. Ich bin tot. Ja. Tschüss. Tschüssi. Okay, okay, okay. Ich und meine Armee. Armee, erhebe dich. Was, mir? Ich? Ich? Peanut Butter, Jelly Time, Peanut Butter... Alter, Obert. Das... Ich weiß nicht, ob das Gamert-hauglich ist. Schranz. Ich weiß nicht, ob das Gamert-hauglich ist. Wer ist Gamer? Bryce hat gerade geschrien, ja. Wir sind doch alle Gamer, komm. Karl, das war schwul. Oh, jetzt hab ich den Heal gehealt. Äh, Heal geskillt. Jetzt hast du den Heal gehealt, ja? Also ich hab den Heal gehealt, ja. Ja, aber sowas schon. Ah, mein Karl, ihr Schatz, ey. Ich weiß. Oh mein Gott, diese Schlampe. Ich glaube, ich blute jetzt zu Tode. Nein, tue ich nicht. David hat seine Tage. Äh, David hat seine Tage. Das ist überhaupt nicht lustig. Ich hab'n Gen-Defekt. Äh, das ist schon irgendwie witzig. Du hast mir doch vorstellen, das spür. Blutest du dann aus deiner Haare? Oh mein Gott, ich hab' mich doch selbst geheilt. Fick mich. Was? Ich blut doch nicht aus eurem Anus. Nee. Du? Was seid ihr denn für Spacken? Ja. Ohne Shurima gibt es keine Zukunft, Leute, ja? Merkt euch das. Echt, echt? Ich bin dran bei dir, ja. In Shurima gibt's aber keine Schulen. Ohhhh. Darum gibt's doch aber keine Zukunft. What the fuck? Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Nein. Oh, er wollte mich nicht tö- Hier, ich heil dich sogar. Heil. Sieg Heil. Meins? Ah, verdammt. Er ist gestorben und hat mich dann getötet. Das ist völlig unlogisch. Der Typ hackt. Hacker. 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 Ich mach dich hackerts. Der Hack schnitzelnde. Der Hackfleisch. Der Hackfleisch. Der Hackfleisch. Der Hackfleisch. Der haschisch rauchende Hacker. Was? Der Fleischhaffende hat das für ein Kaststückler. Der haschisch hackende Hackkoch. Der zerhackende Haschhauchende. Der Hacker? Der der Hacker. Das war von Prince of God. Das war von Prince of God. Zeiztackende Papakka. Oh. Oh. Der Attacker. Der Attacker. Alpaka? Oder Cutlapakka? Der Attacker. Oder Hacker. Der, 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 der. Der Macker Facker. Not even closed, ja. Nicht scheinbar die Vayner. Ich heil mal die Vayner. Oh doch, jetzt habe ich die gehalten. Pups. Ich brauche den Heal mehr als du. Oh, den brauche ich auch mehr als du. Wer hat sich gelungen? Ja, ja, ja. Der hart und fischhassende Zahaka. Oh, die, die. Das war Pro-Mischi. Ja, die war gut. Oh, darn. Oh, darn. Der hart und fischhassende Penis. Zahaka. Zahaka, zahaka, zahaka. Wow, der Flash. Dick, how sick. Der hat geflasht dich, ich, du Idiot. Oh, dickflash, dick. Du bist so ein Idiot. Oh, oh, oh. Oh. Hab ich Mutter gehört? Hab ich Mutter gehört? Hab ich Mutter gehört oder hab ich Mutter gehört? Was macht, was passiert mit dir? Ich bin ja im Leben, aber tanzt dabei und dann haut er sich so auf den Kopf. Oh my god. Ah, scheiße. Ich glaub, das verlieren wir. Knaufen weg. Ach, quatsch, das verlieren wir nicht. Wir machen die alle Platz. Vorwärts, mein Armee. Mächtig. Die Frau, die dich wiederbelebt hat, ist das auch nicht. Äh, okay. Okay, okay, warte. Ich glaub, mit meinem magischen Tanz kann ich das. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Äh, okay. We're here, we're here. Yeah, there he go, there he go. Verdammt. Die Schlampe ist gut. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. Oh, der Stun. Der Stun auf, oh mein Gott. What the fuck, was macht? Bitte, was? Was machen die denn? Das ist ein Trojane, Alter. Ich wusste, der hackt. Oh mein Gott. Ist echt manchmal. Einfach nur geil. Alter, wieso machst du das? Du bist Taric. Du solltest mehr drauf haben. Oh, Schwur. Ja, was? Was? Das ist ein Kompliment. Schwul, ja. Ich hab nicht gesagt, dass es mich stört, dass ich schwul bin. Es stört mich einfach nur, dass du sagst, dass ich nichts drauf habe, obwohl ich was drauf habe. Bitch. Du hast was drauf. Ja, hast du ja auch gerade gesehen, bitch. Die homosexuelle Date hast du drauf. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Geniale Penetration. Wow. Äh. Au, 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 au. Ja, jetzt sind wir hier irgendwie... Ich glaube, ich krieg ihn noch. Ah, 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 au, au. Au, 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 au. Nicht hauen. Au, au, nicht hauen. Glit hauen. Ha, ha. Oh mein Gott. Alter, wie alle laufleife. Oh mein Gott, die sind alle so laufleife. Komm, Leute, wir müssen draufstranzen. Ja, genau. Bespring mich. Bespring mich, obwohl ich dich weggeschubst habe. Ich bin tot. Dammit. Hä, wo kommt ein... Seit wann... Seit wann haben wir einen Wayne im Team? Das ist der Afghan... Das ist nicht der Afghan, das ist der Random. Aber ich hab den noch nie gesehen. Ist schon die ganze Zeit da, David. Ach so. Ich hab auch Davids Schwanz noch nicht gesehen. Trotzdem denke ich, dass er einen hat. Oh, du hast recht. Was? Was sollst du mir zeigen? Kannst du mir zeigen? Dick, 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 dick. Jetzt aber im Ernst da. Oh, was ich will den sehen. Vielleicht nächsten Geburtstag. Dabei ist es dafür noch zu... Das merke ich mir. Ja, das schweige ich mir jetzt ein damit. Ich sagte vielleicht. Nein. Nein, das macht er nicht. Nein. Zu spät. Jetzt hast du es versprochen. Ich schicke dir ein Bild von meinem Nudelholz. Bitch, please. Oh, made of these. Was? Wenn du deine Soldaten auf die Tower drückst, dann macht das Schaden. Michi weiß das. Du weißt das? Ja, das weiß ich. Er weiß das. Aha! Michi, weißt du das? Weiß ich das? Michi weiß das. Ich glaub, er weiß das nicht. Weiß... Weiß City Michi weiß. Er weiß das nicht. Weiß City Michi Michi. Black Black Bitchy... Black Black City Bitch Black Black... White Black Bitch Bitch Tests... Potato, Pirata, Brata, Brata, Brata Br mots... Banana, Kavana, DiarMaracanamaakalapasp assp 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 assp的人? Bananarama. Oh Planetier? Nein, keine Ahnung. Was ist das? Ich... sehr schön so schnell so schnell ¯b passp assp 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 신need waited Virtual hour! Das ist so lecker wie Creme Pie. Was ist Creme Pie? Frag David. Was ist denn Creme Kuchen? Was ist Creme Kuchen? Das ist wenn dir jemand sein Gesicht spritzt Karl. Ach so, ja dann hatte ich das schon. Alle brauchen wir erstmal ein bisschen um zu verarbeiten. Ah, ja. Alle obdachlosen Frauen arbeiten. Weißt du was? Ich will jetzt ein paar Schwänze lutschen, komm schon. Das ist schlimm, weil das keine Homosexualität hat. Boah, wie es mir da einfällt. Alter, guck doch mal den an. Oh, der ist ja putzig. Wie heißt der denn? Bernd. Oh, hallo Bernd. Oh, hast du schon in Tower? So früh? Ohne Minions und shit. Der Creme passt voll gut zu dir, Michael. Der Creme passt voll gut zu dir, Michael. Also wenn man da schon schreit, dann muss man... Oh, aber ich bin die verseuchte Atomare Taube. Äh. Jetzt ist sie cool. Komm, gib ihn, gib ihn. Den schwulzenden Autodäck oder sein, den du hast. Oh. Jetzt sich heranziehen lassen muss nicht. Alter, die macht dich Platz. Ach was. Du bist tot. Ja, ich weiß. mit Anschlag. Mit an... mit an... Ah, scheiße. Aua. Mmh, mh, mh. Oh, mh. Oh, scheiße. Oh, ja, oiga. Oh, ja, schleck doch mal. Oh, ja, schleck doch mal. Noch mal, schleck doch. Noch mal. Aua... Kann man so was echte Ernst nehmen mit pourno? Das war ja nur ein Dialog, also ich meine nur. Ja, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht. In Sprache, vielleicht finden Leute auf 60 das auch irgendwie komisch, aber für manche Leute ist das halt auch normal. Das war echt sick shit, bruh, sick shit. Der Rice hat sich den Ranko, der ist richtig fett, Alter. Was macht denn hier Leute, geht doch auf die Carries. Leute, die Carries. Bin ich doch. Ja, scheinbar ja nicht, ich bin ja ein Tod, ich bin auf die Carries gegangen. Ja, ich auch. Warum bist du so scheiße und stirbst auch noch? Warum bist du so scheiße und stirbst auch noch? Ich habe Tarek. Ja und? Du hast maximale Penetration, ich würde mich nicht beschweren. Seine Mutter hat maximale Penetration. Jetzt mache ich mir echt gerade drüber Gedankenwerfen von euch beiden die Hosen an, Alter. Was meinst du? Ich habe keine Mutter, die Penetration hat. Hallo, buddy. Lisa. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Hallo, das ist Lisa Geburtstagsfolge. Das ist einfach Geburtstagsfolge. Ja Geburtstagsfolge. Das ist die Geburtstagsfolge. Lisa. Ja, weil David ist so unwichtig, deswegen nennen wir das nicht Geburtstagsfolge. Hä? Ja stimmt, David hatte vor 5 Minuten noch Geburtstags als Lisa, hast du so einfach. Hä? Der hatte vor 28 Minuten noch Geburtstags, ja. Oh. Was ist? Jetzt, heute bin ich der VIP, ja. Ja, du hattest jetzt deine 5 Minuten, das reicht nicht. Ja, Lisa, jetzt muss man sich wieder ein bisschen unter Zauber halten, ja. Wollen wir dann, dann... Lisa, ich schenke dir 10 Sekunden meine Aufmerksamkeit. Los. Ich weiß, oh Gott, was soll ich denn mit der R jetzt anfangen? Oh mein Gott. Ähm, 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 oh verdammt, was soll ich denn da sagen? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! David, nein! Verlängere es! Verlängere es! Okay, ähm, was ich, äh, gehört hab, war... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verlängere es! Verlängere es! Und davon schließe ich, du bist zu jung. Hä? 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 Lisa ist zu jung, Lisa ist zu jung. Zu jung, zu jung. Zu jung, zu jung. Bin ich gar nicht. Lisa ist zu jung. Alter, ich geb dir gleich. Dafür bist du noch zu jung, Lisa. Na, wie war das bei dem Highsagen, Michi? Na, wart's ab du, wart's ab. Wir sehen uns schon noch, Lisa. Ja, ja, ich weiß. Ich krieg langsam so ein bisschen Angst davor. Ich hab die Sprüche heute bei Leuten... Ich hab die Sprüche heute bei Leuten... Es gibt schon Just Dance 2015, ja. Was? Okay, bin wieder da. Übrigens. War ich weg. Du warst weg, Carl? Ja, ich hab drin. Okay, Carlos, wir können engagen. Klingt gut. Ich mach mit. Das hat funktioniert. Natürlich. Ich war da. Ich war da. Ich war da. Wir müssen engagen. Lisa, warum bist du eigentlich noch wach? Das ist schon längst los, natürlich. Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie von dem heutigen Abend irgendwie so aufgetreten, dass ich mich wachte. Was? Willst du jetzt vorbeikommen und dich ein bisschen beruhige, Lisa? Ja. Ja, klar. Nein, das willst du nicht. Das kann ich dir jetzt grad nicht antun, nee. Warum? Wenn das Geburtstag... Robert hat sich nicht gewaschen. Na, ich glaub, damit hätte ich kein Problem. Ja, Leute. Und damit war das eine wunderschöne Geburtstagsfeier. Wollen wir noch Happy Birthday singen? Man kann durch das. Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Okay. Happy Birthday to you. Alter, warum haben wir uns damit nicht so ein aufsehenerregendes Zeug gemacht? Weil er keine Geburtstag hat. Und somit fickt euch alle und bis zum nächsten Mal.